ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja, das ist... Ja, genau. Wo? Achso, da vorn. Ich bin hier beschäftigt mit den Huntern. Ich kann hier nichts machen. Ich habe jetzt diesen Ausweich. Ich habe jetzt diesen Ausweich. Da war es doch. Hologramm, wo steht denn das? Das ist immer ätzend hier. Ja, ich habe es. Klappt ja super. Ja, ich habe jetzt... Ich habe diese Sticky Grenades hier. Nein, noch nicht. Muss ich beide damit killen? Jetzt ist ja auch alle. Jetzt habe ich nichts mehr. So, aber ich würde gerne trotzdem noch mal was einsammeln hier. DMR. Gott. Meine Güte. Der ist hin. Yes! Yes! Nein. Nein. Achievement? Nein. Im Schrank ist ein Achievement? Wo? Zeig mal. Achso. Ich hoffe, dass du wissen, warum das alles passiert. Das ist aber nicht sie jetzt, oder? Ne, hol sie. Hol sie. Achso. We don't have any choice. Wie lange ist denn das Level noch, Marco? Mhm. Ja, ich weiß nicht, oder? Oh, warte. Wir haben Jahre von Arbeit investiert hier. Inventory lists 7 Excavation-grade Havoc Mines. Nur eine von diesen wird das Raum in eine Pinata. Entschuldigung, Doktor. Keep routing your people to the evac centers. Once we take care of the components, you won't have much time. Ja, aber ich denke mal, wenn du meinst, dass es halt genau so groß ist, halt wie... ...das reguläre Spiel, dann denke ich mal, dass es halt... ...genau, dass wenn du drückst auf Start, fängst an und dann... ...dann hast du dann eine Stunde Zeit oder anderthalb und kannst es halt spielen. Ja. 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 Grafisch? Oh! In so'n Ding will ich. A-deród. 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 A-deród hat die erste Evac-schädel. ok ok ich habe noch keinen schade teil durch gespielt außer für die vita total den für die wiederhöhung dieses gold ist Fuuu Kiep... Nee Oh Oh Officer, seal the door behind me Yes, sir You will press me Your singular valor will be preserved and studied Once your composition has been invaded Crystal Dynamics, please The developers are Crystal Dynamics No 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 ein bisschen geholzt ja ey, das ist ja genau wie ein Halo 1 da kannst du halt in einen anderen Gang rein und die von der Seite überraschen, die Gegner ist ja cool ja da muss nur hinten lang oh ne sei nix oh, wo waren denn jetzt die Gegner ha hui maan hm ja 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 ja